hey liebe leute film läuft wir auch schön dass ihr wieder mit dabei seid heute startet mal ein ganz besonderes event und wir sind heute beim wgt gothic run und unterwegs in den klarer park da sind noch mehr ihr seht schon hinter uns ganz schön was daraus geworden ja wir freuen uns wenn ihr lust habt kommt mit so the story i will tell the story again it was seven years ago i mean i i started to come here since 2010 every year so after parties and alcohol i mean i i was going in the morning to run to fresh my body so people told me why you went running why didn't call me next time please call me said okay next year i will open event i wanted one account can come so 40 people came so since then it gets bigger and bigger so so Sporting-Event an der Kassel 1-1 Nein, nein! Abstand! Du bist da! Ich bin stolz von dir! Ich möchte vielen Dank, es ist so schön zu sehen. Ich habe gesagt, dass es gothic ist, wie in einer großen Familie zu sein. Wir sind eine Familie in einer Familie. Wir sind der Oranik-Gothic. Wir sind in einer großen Familie. Für mich bin ich sehr froh, zu sehen. Ich hoffe, dass wir jeden Jahr alle machen. Es ist der Körper, wir fühlen uns gut. Wir sind die Gothic-Gothic-Gothic-Gothic-Gothic-Gothic-Gothic-Gothic-Gothic. Und dann wird der langen 10 km lang mit mir gehen. Er wird dich führen. Marcelo, wie auch das Wort, wird dich führen. Und auch Ronald. Er kann das aus dem Schlafen machen. In 7 Jahren. Er ist der erste Mann aus den 7 Jahren. Und schon geht es los. Stopp! 0 1 0 0 0 0 Was war dein erstes? Wie lange? Heute ist es der 7. Ich weiß nicht, 7. 7? Ich war hier für den ersten Mal. Du warst hier für den ersten Mal? Ja. Wenn es nur 12 Menschen gab. Okay. Ja? Ja. Great. Perfekt. Woah. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Wir haben uns jetzt in einer Gruppe angeschlossen, die zehn Kilometer in der Pace von 5 bis 5.30 Uhr läuft. Ja, das haben sie dieses Jahr wohl ein bisschen unterteilt, dass jeder so seine Geschwindigkeit finden kann. Außerdem laufen noch welche sechs Kilometer und auch noch welche drei. Okay Jungs, Ziel einen auf, fast. Wir müssen noch ein paar Meter, wir sind noch nicht ganz durch. Wir sind noch nicht fertig. Ja, da fehlt noch Komet. Okay. Okay. Cool. Cool. Wir sind schon eine Weile da. Okay. 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 Cool. Geschafft. Schön. Cool. 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 Ja, war wirklich schön. Hat Spaß gemacht. Ja, so richtig, eigentlich muss man ja sagen, genau so hat früher das Wave Gothic Treffen an sich ja auch mal angefangen, als privates Treffen und so ist das jetzt hier bei dem Lauf. Auch keine Zeitnahme, keine Startgebühren, einfach nur da sein, Spaß haben. Ja, was ganz Spezielles. Und schon seit sieben Jahren und wir waren heute das erste Mal dabei, haben wir unseren Zehner gemacht. Aber ihr wart auch dabei. Schön. Danke fürs Zugucken. Nein, danke. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.